Ja, hallo und hier wollte ich uns ein kleines Video präsentieren, um dem Herbst Tschüss zu sagen. Ich war in Wadenburg am Tillisee und habe da mal so ein paar Aufnahmen gemacht, habe ein bisschen rumgeschwenkt, ein bisschen rumgesumt, keine Ahnung, ob das irgendwie interessant ist. Auf jeden Fall gab es schöne Farben, die Sonne hat nochmal richtig ihr Bestes gegeben und der See sah auch recht hübsch aus. Ja, so ein paar Enten hatten wir da auch, so ein paar Viecherchen und irgendwie, ich habe ein bisschen mit der Unschärfe gespielt, das kam eine tolle Kamera ja auch und ansonsten, ja, ist eigentlich eine gute Zeit für so Herbstspaziergänge, denn die Wege und irgendwie das Laub ist total cool und ja, ich bin ja mal gespannt, wenn dann der Winter kommt, dann wird das ja hier alles zugedeckt. Gerade sind noch so viele Blätter da, aber dann ist ja auch Ende, ne? Ja, einen kleinen Specht hatte ich ja auch noch. Der war eigentlich lauter, aber hier hört man nicht so viel auf dem Video, aber geht. Also denn, bis denn. Ja. 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 Ja.